Willkommen zur Outside View Skandale. Heute tauchen wir ein in eine der berüchtigsten und unglaublichsten Skandale des 18. Jahrhunderts, die Affäre des Diamanthalsbands. Diese Affäre hat nicht nur die französische Gesellschaft erschüttert, sondern war auch ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg zur Revolution. Stell dir das mal vor. Es ist das späte 18. Jahrhundert. Frankreich ist auf dem Höhepunkt seiner Macht, aber der Boden fängt langsam an zu wackeln. Und wenn ich von Wackeln spreche, dann meine ich durch einen ziemlichen Brocken, nämlich einen funkelnden Klunker, der so riesig ist, dass man damit ein ganzes Dorf hätte ernähren können. Und das Halsband war nämlich kein gewöhnliches Schmuckstück. Es war ein monströses Kunstwerk aus Diamanten, das ursprünglich von Ludwig XV. in Auftrag gegeben wurde. Natürlich nicht für seine Frau, sondern für seine geliebte Madame du Barry. Aber Überraschung, Ludwig XV. stirbt, bevor er das Prachtstück überreichen kann. Und jetzt haben die Juweliere, Böhmer und Bassange dieses sündhaft teure Halsband in der Hand und keinen Käufer. Also, was machen sie? Sie versuchen es, an den nächsten König, Ludwig XVI. zu verkaufen. Und was sagt der? Nö, danke. Weil er selbst erkennt, dass das eine, ja sagen wir mal, ziemlich schlechte Idee wäre. Aber die Juweliere lassen sich nicht davon entmutigen. Sie denken sich einfach mal so, hm, wer würde nicht so ein prunkvolles Schmuckstück haben wollen. Und dann kommen sie auf die Idee, es Marie Antoinette anzubieten. Und an dieser Stelle hat sie schon den Ruf, ein bisschen zu freigiebig mit dem königlichen Geldbeutel zu sein. Also, warum nicht? Aber, große Überraschung, auch sie sagt nein. Und hier nimmt die Geschichte dann eine völlig verrückte Wendung. Jetzt tritt Jean Delamotte auf den Plan. Jeanne war nicht gerade im Luxus aufgewachsen, aber sie wusste definitiv, wie man sich so benimmt. Eine Betrügerin mit großen Träumen und einem noch viel größeren Ego. Jeanne entwickelt den genialen Plan, dass sie dieses Halsband in die Hände bekommen könnte, indem sie vorgibt, dass die Königin es heimlich haben will. Marie Antoinette hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun, aber Jeanne überzeugt einen leichtgläubigen Kardinal davon, dass die König das Halsband im Verborgenen kaufen will. Und wie soll das anders sein? Der Kardinal fällt darauf rein. Jeanne setzt alles auf eine Karte. Sie lässt sogar jemanden auftreten, der sich als Königin ausgibt und den Kardinal trifft. Und der arme Kerr glaubt wirklich, er tut der Königin einen riesen Gefallen. Er besorgt das Geld, kauft das Halsband und denkt, er wird jetzt der beste Freund der Königin. Aber Überraschung, das Halsband erreicht die Königin nie. Jeanne und ihre Komplizen, denn sie hatten ein paar, zerlegen das Ding und verkaufen die Diamanten. Und hier beginnt das Chaos. Die Juweliere stellen Fragen. Der Kardinal stellt Fragen. Marie Antoinette, die von nichts weiß, findet sich plötzlich mitten in einem Skandal wieder. Das Ganze ist ein ziemliches Durcheinander. Und man darf nicht vergessen, das Volk ist sowieso schon nicht so gut auf sie zu sprechen. Als die Affäre ans Licht kommt, sind die Leute sofort bereit, das Schlimmste zu glauben. Und der Prozess wird ein regelrechtes Spektakel. Alle wollen die schmutzigen Details wissen. Jeanne, die spielt natürlich das Opfer. Und der Kardinal versucht sich herauszureden, er sei getäuscht worden. Und Marie Antoinette, die versucht eigentlich nur zu verstehen, wie ihr Name in diese ganze Sache reingezogen wurde. Am Ende wird Jeanne schuldig gesprochen und zu Auspeitschung, Brandmarkung und zu Gefängnis verurteilt. Aber nicht lange. Sie flieht nämlich nach London. Weil klar, jeder gute Skandal braucht eine internationale Flucht. Der Kardinal hingegen kommt relativ glimpflich davon. Und Marie Antoinette? Ja, ihr Ruf erleidet wieder mal einen gewaltigen Schaden. Das Volk sieht sie jetzt noch mehr als abgehoben, verschwenderisch und mitverantwortlich für die finanziellen Probleme des Landes. Und was lernen wir daraus? Die Affäre des Halsbands drehte sich nicht nur um ein Schmuckstück. Sie stand symbolisch für das wachsende Misstrauen gegenüber der Monarchie. Die Menschen sahen den Hof als verschwenderisch, korrupt und völlig losgelöst von den Problemen der einfachen Leute. Und dieser Skandal war wie Öl ins Feuer der Revolution. Und auch wenn Marie Antoinette nicht wegen eines Halsbands ihren Kopf verlor, geholfen hat es ihr sicher nicht. Also, da habt ihr es. Eine Betrügerin, ein naiver Kardinal, eine Königin, die eigentlich nichts falsch gemacht hat. Und ein Halsband, das mehr Ärger verursacht hat, als es dann doch noch wert war. Deswegen danke, dass ihr bei Outside View Skandale dabei wart, wo die größten Skandale der Geschichte ins Rampenlicht gerückt werden. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir einen weiteren Tiefenblick in das Skandalöse und Absurde werfen. Und das nächste Video ist direkt hier im Endscreen.